Hallöchen liebe Zuschauer willkommen zurück zu einer neuen Episode hier bei League Football Manager Episode Nr. 262 ist es. Wir sind, wie ich bereits gesagt habe, direkt durch die Winterpause durchgewasht, haben drei Testspiele gemacht, habe zwei neue dazu gemacht, also das von Bielefeld wurde automatisch jetzt von unserem Sportdirektor und wem auch immer geplant. Gladbach und Rostock habe ich selbst gemacht, konnte dann selber auch entscheiden wie du spielen hast, bzw. habe es selbst entschieden. Wie man sieht, Spielpraxis ganz gut hinbekommen, ist niemand auf 100 Prozent, aber alle haben mindestens 90 außer Javier, den ich wieder so langsam aufbauen musste. Adjohannes Team hat bei mir Mist gebaut und musste einen neuen BVB-Safe starten. Uh, das ist, boah, ich stell mir vor, das würde mir hier passieren bei der Karriere. Ich würde da wirklich ausrasten. Ja, aber leider passiert manchmal sowas, ne? Das ist bitter natürlich. Tut mir leid, dass der Save anscheinend weg war oder ab auch immer da passiert ist. So, Gomez, Aganda, Fatih, Haaland. Oder aber wirklich mit Bianchi starten links. Der Kocha Teppich ist auch nicht mehr unzufrieden, dass er nicht mehr spielt von Anfang an oder nicht häufig genug. So. Sind ja die Bayern, da doppelt und dreifach gucken, ob man die richtige Aufstellung hier hat. Aber scheint der Fall zu sein, also auf geht's. Die schwierigste Auswärtspartie der Saison startet jetzt. Hier ein Sieg wäre natürlich in einem Meilenstein. Erling hat bei mir in dem Testspiel ein Fünferpack gemacht. Sehr gut. Jetzt am besten auch ein Fünferpack in dem Flissspiel, ne? Und das nicht nur in der ersten Pokalrunde gegen der Matheverein. Und in zwei Spielen sieben Tore. Ja, der ist halt ein guter. Ist halt einfach ein guter. Hat bei mir ja auch nicht umsonst mittlerweile Manni Burgsmann überholt als besten Bundesliga-Torschützen. Der Vereinsgeschichte Roller und Martinez erste Chance direkt. Gott, machen wir direkt von Anfang an auch. Extrem hohes Tempo. Die Bayern dürfen nicht zu Worte kommen. Drei gegen Bayern und vier im Pokal. Sehr gut. Ich denke mal, die Quote wird er jetzt nicht beibehalten. Das wäre schon, wenn wir am Ende über 100 Saisontore. Aber wenn man halbwegs so weitermacht, ist das natürlich mal gut. Mann, so wird es in guten Gelegenheit der Bayern und der hatte sehr viel Platz auf dem Flüschel. Deswegen würde ich mal ein bisschen breiter hier verteidigen auch. Ja, der Hollands stopft von Pablo Dragoon, unserem ehemaligen Spieler. Ja, die machen es ganz gut. Gut am Ball. Sichere Pässe. Das könnte schwer werden. Man muss ja mal in die Zeitkampf gehen auf jeden Fall und sehr hoch pressen. Mann, so erneut mit der Flanke zu Dennis Eisenkück. Aber das ist kein Problem. Wie schon gesagt, man sieht, die Bayern scheinen wirklich wieder da zu sein. Nie Splash, da muss man aufpassen. Abseits. Freischuss ist her zu Gomez. Eine super Gelegenheit, aber in die Mauer. Leider. Ach, das wird heute knackig auf jeden Fall. Gomez bleibt immer noch dran. Flanke auf Aragander und das 1-0 nach 13 Minuten. Wichtige Führung. In einer wichtigen Partie. Sehr gut. Das ist halt gut, wenn man so kopfballstärke Spieler hat. Pelschke einfach einen langen Ball bekommen. An allem vorbei. Aber Borger hat ihn. Spitzerecke. Spitzer Winkel, eher gesagt. Aber gut von beiden. Ach was, Brian. Der BSV ist bei dir in den letzten Saison aufgestiegen. Okay. Sie ist jetzt gerade, dass du das geschrieben hast. Ui. Sollte mal ruhig auch in der Realität passieren. Aber dass sie mit dem Kader aufgestiegen sind, krass. Schon eine Überraschung. Gefällt mir. Dann kommen wir jetzt. Bianchi. Links ist viel Platz für Gallo. Jetzt bitte mit der Führung in die Halbzeitpause gehen. Boah, diese langen Bälle sind wirklich gut von den Bayern. Dann glaube ich es ja, Brian, dass du überrascht hast. Der BSV ist aufgestiegen bei dir. Egal. Kommt, Leute. Hier ein Sieg. Erstens 10 Punkte Vorsprung dann. Dann hätten wir nach der offiziell beendeten Hinrunde 47 Punkte hochgerechnet. Dann wären es 94. Und dann hätten wir auf jeden Fall die beste Saison aller Zeiten gespielt. Es kommen drei Punkte übertroffen. Bis dahin ist noch eine ganze Halbzeit, also noch ein weiter Weg. Jetzt spielen wir auch ein bisschen vorsichtiger. Ich glaube, nach der Aktion werde ich es auch etwas defensiver spielen, als wenn sie die Abwehrreihe etwas zurückziehen. Eben genau wegen diesen langen Bällen. Ich habe den schon drin gesehen. Etwas zurück. Die sind halt so gefährlich da vorne. Und so schnell. Wir haben zwar auch super schnelle Spieler. Aber es ist halt immer nicht so einfach, die zu bändigen. Uh. Fonte. Das war so fahrtig für den bislang enttäuschenden Bianchi. Und dann haben sie auch dafür in die Regionallinge abgestiegen. Na, sieh bitte. Hm. Das ist ja mein Vater. Wo ist das ein Trikot? Okay, also diesen Bug hatten wir schon mal, dann komm ich bei drei, vier Spielern, die auf einmal alle keine oder schwarze Trikost hatten. Erling Ronan, mit der Chance. Gut, gut gemacht. Diesen Bug finde ich eher witzig. Ui, Rollon. Der ist auf jeden Fall dazu in der Lage aus so einer Position den Dreck reinzumachen. So, jetzt Paul für rechts. 20 Minuten noch und jetzt Konter, Paul Staudickel. Das war kein Abseits. Das war's. Gut gekontert, so wie ich es wollte. Uns ein bisschen weiter zurückgezogen natürlich auch. Die Bayern kommen lassen. Es den Münchnern schwerer machen mit langen Bällen. Die Spieler zu finden. Natürlich dürften solche Fehler nicht passieren, aber gut blockiert. Und dann schnell nach vorne, was wir auch hier auf jeden Fall können. Ich hab grad ganz schön gezischt bei dem schnellen nach vorne. Sorry dafür. Ansofati. Zehn Minuten noch. Nee, nee, nee. Das war's. Komplett auch noch 1 zu 0. 3,5 Minuten. Der Sieg scheint sicher. Und damit haben wir nur 5 Gegentoren nach 17 Spielen. Auch nicht schlecht. Wow. So. Es bleibt bei 5 Punkten. Äh, bei 5 Gegentoren. Wir sind über der Nachspielzeit. Der Schiri sollte jeden Moment abpfeifen. Dauert zwar ein bisschen länger wegen der Verletzung von Rieckmann, aber... Der Sieg. Hammer. End. The Tash. Na? Was sieht da noch aus? Toller Einwurf von Matthiessen. Aber wahrscheinlich sollte er zu uns den Ball wieder. Ihn uns wieder geben, ne? Wir sind am Ball. Gallo. Ist nochmal mit einer Flanke. Nöbel hat ihn. Und das war's. Wir gewinnen mit 2 zu 0 bei den Bayern. Super wichtig. Die schwerste Partie, weil wir neben den besten Konkurrenten, den stärksten Konkurrenten, plus auswärts auch noch gewonnen. Super. 47 Punkte nach 17 Spielen. Ist glaube ich auch die bislang beste Hinrunde, die wir hier in der Karriere jemals hatten. Man kann mir auch gut vorstellen, dass es in der Realität nicht viele bessere Saisons gab. Angebot von der Worte. Wir brauchen unseren Ersatzgeber. Danke, Brian. Die Aussage hilft halt immer, ne? Immer sagen, man braucht einen oder die Atmosphäre im Kader ist doch zu gut, war das glaube ich, ne? Ne, das nicht. Auf jeden Fall, dass man ein wichtiges Mitglied im Kader ist, genau. Irgendwie so einen Dreh, das muss man immer sagen. Das funktioniert immer. Ja, Brian, das war wirklich ein wichtiger Sieg. Das war super. Okay. Ist hier gerade auch der gute Sergeant Salty ist gerade dabei. Er ist fasziniert im Stream dabei, deswegen auch an dich natürlich danke für deine Unterstützung, dass du immer immer dabei bist. Sehr lieb. Ihr seht, ihr müsst nicht unbedingt was rein schreien, damit ich weiß, dass ihr dabei seid. Das ist ein Testspiel gegen Dortmund. Och, ich halte nur ein Testspiel, ne? Kann man auch gewinnen, auch da alles geben. 2 bis 3 Wochen. Aber, na gut, nach Hertha keine englische Woche. Gehen wir hin. So kurze Verletzungen sind ja einmal in Ordnung, wenn mal einer oder zwei verletzt sind. Ist alles gut. Und übrigens ist Sergeant Salty, ich finde dein Name sehr geil. Gefällt mir. Auf jeden Fall so ein Top-Name, finde ich. Oh, war ja noch unentschieden Schalke. Ist die Luft raus? Haben wir deren Moral komplett zerstört? Nice. Scheint so. Da heißt irgendjemand Adonis. Horstbach. Ich finde den Vornamen geil, ne? Adonis. Heißt da einfach mal Adonis. Na, wie heißt er? Adonis. Vornamen und Datas oder so. Komm gut bestimmt. So. Kamerpuffs auf die Bank. Aufs Bänkle. Borgon da weiterhin ran. Was kann der Yenchi diesmal? Die Lücke. So. Und dann noch der Nikoda. Mal Kota und Belakotschab in der Innenverteidigung. Wir haben ja ein Heimspiel. Sag ich es ja häufig. Da gewinnen wir immer alles. Manchmal gibt es ein, zwei unentschieden. Ich wüsste gerne unsere Quote allgemein in dieser Karriere. Wie unsere Heimquote aussieht. Also wie viele Niederlagen haben wir da? Siege, unentschieden. Tore, Gegentore. Ich glaube, das wird schon krass gut sein. Ich glaube, viel mehr als zehn Niederlagen werden wir nicht haben, oder? Sag. Janky. Janky. Aufs Stilikchen. Ich muss mal versuchen, den Namen süß auszusprechen. Man, man, man süßchen. Auf Queterchen. Auf Skona Yenchi. Äh, Skona Yenchi. Oh, Elfmeter. Ein Elfer nach fünf Minuten. Ich finde es halt böse, dass man diese Animation macht, dass der Schere zum VR läuft. Man eh weiß, das wird gepfiffen. Am Anfang war es ja, glaube ich, wirklich nicht so. Erst ab einem Update oder so, kann man sagen, zu 100 Prozent. Es ist dann Elfmeter. Wie? Nö. Moment. Hat der gerade nicht gepfiffen? Das war noch nie der Fall. Seit mindestens einem halben Jahr hatte er immer... Nö. Cool. Der war nicht drin. Ja gut, dann ist das halt so. Dann habe ich gerade nichts gesagt. Dann scheinen die es wieder geändert zu haben. Kurz vor Release des neuen FM. Stilicke. 8 zu 0 Schüsse. Nach 22 Minuten. Die Kölner auf einem sehr guten siebten Rang. Dürfen wohl auch zufrieden sein. Gomes. 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 Muss unbedingt mit links schießen. Mit rechts. Keine halt einfach. Gefühlt gar nichts. Der wird bestimmt hier auf rechts gehen. Genau. Habe es gesehen. Stilicke war da so frei. Was war das denn? Mach er den Kohareschner. Auch noch mit seinen schwachen Rechten war das glaube ich. Da hat jemand viel selbst vertreten. Bella Kotschab. Etwas mehr Wumms hinterm Ball. Hinterm Schuss. Und der wird drin gewesen. Komm jetzt wunderschön raus auf Stilicke. Seid er beim Schuss. So war es Konayenshi. Auch schon gespielt von Cenk. Der Paul heute relativ unglücklich so. In seinen Aktionen. Obus. Ein Angstspieler vom Kölle. Im köllischen FC. Sehr gut. Cenk. Anzu. Auch Stilicke. Und das 1 zu 0. Super gespielt mit viel Tempo. In die Schnittstelle. Da konnten die Nikes machen. Die Kölner. Die verdiente 1 zu 0. Ist ja auch ein. Oh. Diguinho. Eieie. Eie. Eie. Das ist schon, direkt. Und direkt. Sowas kann passieren. Aber da muss man natürlich sofort nachlegen. Davon nichts aufhören zu spielen wie man es davor gemacht hat. Holt ihn euch noch zurück kommen. zu einem fehler zwingen geht wohl mit einem unentschieden in die pause erst mal so lassen es läuft ja an sich perfekt bis aufs ergebnis ist noch nicht in den konter geraten das war natürlich eine dicke faustdicke überraschung weil wir das verlieren sollten kann aber passieren so viel platz da unsere linken seite und köln führt das ist büschel überraschend er ist nicht unbedingt mit gerechnet da redet es darüber dass wir zu hause fast nie verlieren und dann sind wir jetzt eine halbe stunde vor schluss im rückstand sehr gut rollen so vorn haben jetzt auf jeden fall viele stadt anspielstation im sturm nur ein gute parade müller er darf keine niederlage hier darf es keine niederlage geben kommt leute wirklich das meinte jetzt nicht ernst meint die doch nicht ernst sehr gut schenk da geht es auch gerne mehr sie haben zwei schüsse zwei tore unfassbar das sieht nicht gut aus jungs das wäre eine der größten überraschungen der letzten saison die wir so hatten stelle geht nach außen das ist ein freistoß ist kein elfer doch okay bei dem wie es heute läuft glaube ich nicht dass kaum ein bisschen rein macht gut jetzt haben wir noch zwei drei vier fünf minuten je nachdem für noch ein tor ich bleib bei der spielweise ist riskant i know aber hin und wieder kann man auch mal was riskieren das war das denn bitte sehr gut bella kochop super monster tackling kann man es doch war ganz dach jetzt kann er endlich um die 15 sekunden gebraucht für den einwurf am ende gibt es einen unentschieden das tut weh können wir uns erlauben noch klar aber enttäuschend war es trotzdem allemal so meine lieben zuschauer youtube das war eine sehr interessante partie die wir am ende nicht für uns entscheiden konnten leider aber machen wir weiter gibt es halt nach mehreren segen in folge erstmal unentschieden müssen wir in berlin auf jeden fall schlagen und dann eine woche später zu hause die dsg 1899 hoffenheim machte